Hallo, herzlich willkommen zu CMC-TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ja, wir kommen zu dem Update, haben eine sehr spannende Ausgangslage. Wir hatten ja gestern das vorherige Tief im Bereich der 15.690 hier im Germany 40 im Blick gehabt. Und dann kam es gestern zu einer Unterschreitung dieses Tiefs, was als Mindestbedingung eine fertige Dreierkorrektur mit sich bringen konnte. Es sei es gestern mit dem US-Handel auch gar nicht schlecht aus. Der Markt hat sich ordentlich erholt gehabt, hat sich von diesem Tiefpunkt knapp 50, 60 Punkte nach oben bewegt. Und heute Morgen dann erneut der Einbruch, also ein Unterschreiten dieser 690. Sodass praktisch die zweite vorgestellte Korrekturvariante akut wird. Und genau diese möchten wir uns nochmal anschauen. Genau, der Verlauf an sich oder der Chart ist erstmal unverändert. Wir hatten ja gestern besprochen, dass hier ja eine mögliche 3 oder 3 der 3, je nachdem, fertig geworden ist. Also sprich von dem Tiefpunkt ist das hier eine Möglichkeit, dass wir dann eben innerhalb dieser Korrekturzone zwischen 690 und 590 eben einen Tiefpunkt letztendlich finden für eine 4, bevor dann ein weiterer Push auf die Oberseite dann erfolgt, der die nächsten Extensionen, die können wir hier nochmal einzeichnen, dann erreicht. Und die nächsten Extensionen sind dann bei 16.55 und 16.300, je nachdem, ob das 161er dann noch nötig sind. Also das ist so die Grundidee. Haben wir jetzt praktisch schon seit Montag, dass mit dem Fertigstellen der 3 hier dann eine Konsolidierung erfolgt. Und die gilt es jetzt zu beobachten. Okay, also jetzt haben wir praktisch diesen Abverkauf und hier können wir jetzt nochmal ins Detail gehen. Und vom Hochpunkt eben war gestern folgende Idee, dass wir eben nach diesem Push durch die Impfstoffnachrichten hier ein kurzes Unterschreiten eben hatten und somit eine Möglichkeit, diese Dreierbewegung fertigzustellen. Dann dieser Rallye, von der ich gerade sprach, sieht man jetzt, war leider dreiwellig. Und mit dem Bruch dann heute von diesen 690 ist dann klar ein neues Tief dann nötig, sodass praktisch diese Bewegung hier einfach verlängert wird. Das ist dann hier die Grundsatzidee. Das ist die Korrekturbewegung. Und jetzt kann man auch mit den Extensionen auch arbeiten. Man würde praktisch diese erste Abwärtsbewegung zum Beispiel einfach nach unten verlängern. Und oft ist es eben mit diesen 127er und 161er Extensionen so wichtig. Und dann stellt man eben fest, dass jetzt kurz vor der US-Eröffnung im Germany A40 das 127er Extensionslevel bei circa 630 erreicht wurde. Und im Moment verteidigen wir eben genau diese Zone. Und das wird jetzt auch für die Handelssession in den USA wichtig werden. Sollten wir das Tagestief jetzt nochmals durchbrechen, dann ist die Korrektur noch nicht vorbei. Und dieses 161er bei 566, also etwas unterhalb vom 38er Retracement, würde dann interessant werden. Und ja, das sind sozusagen die beiden Zonen, die jetzt dann wichtig werden im heutigen Handelsverlauf. Also Germany A40 nochmals, Dreierbewegung in das 127er. Jetzt wiederum die Möglichkeit für die Stabilisierung. Und man hat dann die Bestätigung, dass das Ganze erledigt ist, sobald wir über das heutige Tageshoch bei 750 dann ansteigen. Okay, ich hoffe, es wird dann klar, was dann hier gemeint ist. Also es hat sich im Prinzip nichts geändert zum gestrigen Tag. Und ja, diese Dreierbewegung an sich ist jetzt schön. Wir haben jetzt fast zwei Tage dran gebastelt. Und jetzt gilt es für den Markt, diese Vorlage halt bullisch umzusetzen und diese Flagge nach oben aufzulösen. Okay, das ist die Idee. Schauen wir, ob praktisch diese Support-Zonen dann halten. Wenn Fragen dazu sind, gerne über den Chat einfach dann posten. Okay, kommen wir zum US-Markt. Der hatte ja gestern ebenfalls mit den Impfstoff-News einen kurzen Spike hingelegt vor der Handelseröffnung und kam dann deutlich zurück. Auch ideal. Wir haben jetzt den Tiefpunkt vom, was war das hier? Montag, nee, gestern, Dienstag unterschritten. Und jetzt ist ebenfalls die Frage, werden wir hier mit diesem ersten Abverkauf dann mit dem Spike hier als B die Idee formuliert und dass wir dann eben genau diesen Punkt hier unterschreiten. Also wir brauchen ein tieferes Tief, damit wir hier diese Dreierbewegung erneut hinstellen können. Und jetzt ist praktisch diese Bewegung hier äußerst interessant. Mit dem Unterschreiten hier ist eben die Mindestbedingung praktisch erfüllt für eine fertige Korrektur. Okay, Mindestbedingung bedeutet, was passiert, wenn der Tiefpunkt von heute, also unter der 500, was ist es 70? Was passiert, wenn der Markt darunter fällt jetzt zur Eröffnung? Dann würde das nächste Extensionslevel akut werden und dieses kann man sich projizieren, indem man praktisch dieses Überschießen nimmt und nach unten dann dementsprechend verlängert. Ja, bekannten Verlängerungen und dann ist eben die Supportmarke unter den 570 bei 495 und bei 380. Das sind dann die beiden Extensionsmarken für den heutigen Tag und halt für diese Dreierbewegung, wenn es denn eine ist. Deswegen kann man sich diese Zonen anschauen. Okay, geht es heute oder morgen über die 850, dann ist hier die Korrektur auch prozyklisch vorbei und abgeschlossen und der Markt würde dann direkt hier in Richtung der nächsten Extension in Richtung 36.150 und 36.200 weiter steigen können. Und das ist dann jetzt die Aufgabe, haben wir jetzt vorbörslich praktisch diese Dreierbewegung mit dem kleinen Unterschießen hier beendet und deswegen dann auch diese 127er-Extension im Germany 40 mega wichtig und der Weg wäre praktisch frei und sollte der Tiefpunkt hier unterschritten werden, ist im US-Markt hier erstmal diese Extension wichtig. Okay, ja, soweit dann das Update zum gestrigen Tag und zum Fortschritt eben dieser kleinen Korrekturbewegung, schöne Seitwärtsphase jetzt in den letzten Stunden. Okay, ja, ich hoffe, das ist klar, sind keine Fragen, somit denke ich passt das. Dann genau kommen wir zum nächsten Markt, genau, es gibt eine Frage zum Rent, dann können wir mit dem Öl eigentlich beginnen. Und hier ist die Frage, ein mögliches EDT mit Ziel 100. Also ein EDT an sich, weiß ich nicht, wäre ich jetzt nicht so der Fan. Wahrscheinlich ist das hier halt gemeint, aber da ist jetzt praktisch dieser Abverkauf hier sehr, sehr tief und wird es vielleicht negieren. Also das wäre dann die EDT, dass wir ja Push, Gegenbewegung, Push, Gegenbewegung und nochmal ein Push in Richtung 100 wäre möglich. An sich, es ist eigentlich jetzt zum Schluss hier egal und nicht mehr entscheidend, ob das jetzt ein EDT ist oder eine Dreierbewegung an sich vom Tiefpunkt bei 15. Wichtig ist, sobald es über die 86 geht, egal wann, ist ja praktisch hier ein Ausbruch vorhanden, der ja höchstwahrscheinlich den Ölpreis in Richtung 161er Extension bringt. Und da kennen wir schon das Level, die 107 und das ist dann der Zielpunkt für einen wahren Öl-Rush und sehr teure Benzinkosten dann in den Monaten, wenn das passiert. Also die 86 sind praktisch die Bedingungen für die 107, also es geht sogar noch höher als 100 als in der Frage. Und ja, das Ganze möchte man ja jetzt praktisch nicht so abstrakt stehen lassen, sondern man möchte ja hier versuchen, diesen Abverkauf hier etwas in Perspektive auch zu setzen. Und hier ist halt wichtig, dass vom Hochpunkt, wir hatten ja das 127er um 30 oder 40 Cent verpasst, aber dass wir eben hier diese Dreierbewegung allgemein nach unten haben. Also Dreierbewegung, Push, wir scheitern und dann ein Fünfer abwärts in der C, also 1, 2, 3, 4, 5 in dieses Tief. Und seitdem haben wir jetzt auch hier eine Bewegung, Korrektur genau auf das 50er. Und von hier leuchtet es, kann man sich ja ebenfalls nochmal die Zählung anschauen, also 1, 2. Dann dementsprechend eine 1, 2, entweder 3 fertig in dem Sinne. Und dann dementsprechend die Korrektur als A, B, C, mögliche Running. Und dann dementsprechend ein nächster Push jetzt, der die 77,50 rausnimmt und dann hier in den Widerstand bei 82 eben ansteigt. Und die Korrektur, die würde man dann eben zum Beispiel 5-Minuten-Chart, das hier ist ja dann interessant, dass man hier diese Dreierbewegung hat als A, nochmal Fehlausbruch, also A, B, C für B und dann eben hier dieser Running. Der Tiefpunkt der A wird nicht unterschritten und dann kann man gegen dieses heutige Tief eben handeln, ist eine Option. Was ebenfalls noch vorstellbar ist, ist, dass die C eben unter die A geht und hier ist dann eben der letzte Konsolidierungsbereich, irgendwo im Bereich 74 dann maßgebend und als Support zu definieren. Also entweder eine tiefe zweite Bewegung oder eben als Running. Wir haben eine gewisse Überraschung, aber wird auch Sinn machen mit dem Überschießen der B und dann geht die Post eben ab und ein neues Hoch ist dann das nächste, was auf der Agenda stehen würde. Okay, das dann im kurzfristigen Fenster. Und genau diese Bodenbildung oder Stabilisierung ist dann aktuell durch dieses Zwischentief bei 69 praktisch zu kontrollieren und solange dieses Zwischentief hält, wäre der Aufwärtstrend dann weiter möglich. Okay, dann schauen wir uns nochmal den Euro an. Der hatte gestern eine tolle Rallye hingelegt, nachdem wir den Support hier bei 1.12.30 erreicht hatten und im Euro ist jetzt folgendes wichtig, was man hier sieht ist folgendes, entweder haben wir hier eine sehr bärische Ausgangslage, dass wir hier diese Dreierbewegung haben und allgemein eben diese Dreierbewegung als A, B, C hier beendet haben und hier ist dann praktisch ein Rutsch unter die 1.12.60 sehr gefährlich und würde dann einen tiefen Abverkauf so wahrscheinlich dann in die nächste Woche, da haben wir ja sehr viele Notenbank-Sitzungen etc. hier dann einleiten. Das wäre für den Euro oder allgemein dann für den Euro sehr, sehr schlecht. Okay, die zweite Option ist eben diese 12.30, dass man die weiterhin als Kontrollmarke für eine Bodenbildung hier im Blick hat, deswegen hier der schwarze Pfeil und für diese Variante ist dann eben dieser Kursanstieg von gestern sehr wichtig. Was man machen kann, ist den FIBO auf zwei Arten ansetzen und zwar einmal diese komplette Wegstrecke und hier ist jetzt dann die 1.1305 wichtig, als erstes wichtiges Retracement, also 38er. Und allgemein ist dann hier diese Support-Zone zu nennen. Man muss halten, damit eben hier ein höheres Tief entsteht und dann kann hier der nächste Versuch auf die 1.1370 folgen. Also das ist die Chance, diese Zone zu handeln gegen das Tief, also das ist die bullische Variante. Eine zweite Möglichkeit, den FIBO zu setzen, ist, mit dem gestrigen Tief zu arbeiten und auch hier ist dann folgendes möglich, dass man sich nur auf diese Zone hier, die ist dann relativ eng gestrickt konzentriert und diese Zone handelt man dann praktisch gegen den Tiefpunkt bei 1.1265 und versucht ebenfalls dann ein höheres Tief zu bekommen, hat dann ein kürzeres Zeitfenster und würde dann hier die nächste Attacke dann in Richtung 1.1370 mitnehmen können. Okay, das sind dann die Möglichkeiten, die hier direkt auf der Tagesordnung dann anstehen können. Okay, soweit dann der Euro. Kommen wir nochmal zum Gold und ja, hier ist wirklich die, ja eine Entscheidung angesagt. Also im Moment, wir kämpfen um dieses höhere Tief bei den 1.1772, konnten das jetzt vorhin verteidigen im Silber, allerdings wurde das Tief unterschritten. Wir haben wiederum eine Divergenz, Silber erholt sich jetzt aber, wie auch der Goldpreis. Was wichtig ist, hier könnte es zum Beispiel ein EDT sein, als ja wahrscheinlich letzte Option, dass man hier sogar diese A, B, C, D, E, also fünf Bewegungen müssen das sein, so annimmt und dann hier diese Dreierbewegung als Zwo, so würde sich das wohl mit dem tiefen Rücksetzer am besten darstellen. Ist sehr gewagt, aber an sich sind die Regeln nicht verletzt dafür und wäre möglich. Wichtig ist, dass der Hochpunkt dann von gestern demnächst rausgenommen wird. Dann kriegt das Ganze Action und Traktion und würde hier nach oben dann schieben. Okay, ansonsten unter dem Tief steigt die Möglichkeit, dass wir hier tatsächlich diese Dreierbewegung nur haben und der Markt eben unter die 1.758 dann handelt. An sich im Gold sehr, sehr träge, da bringt es wahrscheinlich mehr, einfach abzuwarten, bis sich hier die Richtung ergibt. Okay, was fehlt noch? Okay, eigentlich haben wir es soweit alles. Wenn Fragen sind zu Werten an sich, gerne über den Chat nochmal. Ich schaue nochmal auf die Winners und Losers. Vielleicht fällt da ein Wert. Da ist die Plug Power, also Wasserstoff. Warum? Und zwar folgende Situation, also das große Bild hatten wir jetzt immer mal wieder besprochen. Wir hatten hier praktisch den Retest des Dezember-Tiefs erfolgreich bestritten. Was sich jetzt dann hier ergeben hat in der Plug, war eine Rallye, eine Gegenbewegung und eine zweite Rallye. Und genau diese Kombi ist erstens erstmal gefährlich. Und zwar, wenn das so hier praktisch wirkt. Wir scheitern in dem Falle am Retracement von dieser Gegenbewegung. Und das war genau das 50er-Retracement hier. Und das ist super bärisch und würde die Plug Power ja nochmals deutlich runter oder tiefer bringen, sobald praktisch dieses Zwischentief, also diese B-Tief, hier bei 23 nach unten geknackt wird. Okay, mit dieser Information, was kann man damit anfangen? Letztendlich kann man jetzt auch einen Trend dadurch definieren. Und zwar, wenn man davon ausgeht, okay, hier ist ein Kontrollpunkt, ein Tiefpunkt, dann kann man praktisch diese zweite Aufwärtsstrecke mit dem FIBO verbinden. So. Und hier jetzt ein Bullisches Retracement für sich holen. Und dann sieht man, okay, dieses Tief letzte Woche hat genau das 61er erreicht. Somit ein Trader's Dream gegen den Tiefpunkt hier. Und sobald praktisch jetzt die 38 überwunden werden oder hier dieses alte Hoch, und dann wäre hier der Weg frei in Richtung 46 und könnte dann den nächsten Ausbruch bringen in einer Welle 3. Das würde ja dann so laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eben die Attacke in Richtung 74 wäre dann möglich. Und das Ganze eben mit der Klangkontrollmarke hier auf diesen Zwischentief, damit man eben nicht Gefahr läuft, dass hier eben eine Dreierbewegung endete und der Markt mindestens auf die 18, wahrscheinlich dann sogar in Richtung Einstelligkeit fällt. Und das ist hier dann die Kontrollmarke und eben nötig für den Trendaufbau Hochpunkt, höheres Tief, Hochpunkt, höheres Tief. Und dann muss es jetzt da durchgehen. Also kann man dann beobachten. Es ist ein interessanter Wert, weil jetzt ein Highflyer letztes Jahr, dieses Jahr nicht so toll, hat sich jetzt aber hier eine Base gebastelt. Mal schauen, wie das dann auch hier weitergeht. Okay, soweit der Wert. Einfach nochmal als Update hatten wir länger nicht mehr gehabt. Okay, dann soll es für den Moment von mir soweit gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche weiterhin good trades, viel Erfolg und bis morgen, wenn Sie mögen. 15.15 und bis dahin. Ade. ZWI. UPCI. Zumdrin. D